Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11304 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hast du ein Lieblingsbuch, das du immer wieder gern liest, wenn du Zeit hast? Hast du ein Lieblingsbuch, das du immer wieder gern liest, wenn du Zeit hast? Hast du ein Lieblingsbuch, das du immer wieder gern liest, wenn du Zeit hast? Du hast die Berechnung gut gelöst. Es geht aber noch einfacher. Du hast die Berechnung gut gelöst. Es geht aber noch einfacher. Du hast die Berechnung gut gelöst. Es geht aber noch einfacher. Ich bezweifle deine Aussage. Hast du das wirklich so erlebt? Ich bezweifle deine Aussage. Hast du das wirklich so erlebt? Ich bezweifle deine Aussage. Hast du das wirklich so erlebt? Jetzt ist alles in Ordnung. Der Motor springt sofort an und läuft sehr ruhig. Jetzt ist alles in Ordnung. Der Motor springt sofort an und läuft sehr ruhig. Vertrauen ist eine Entscheidung. Es erfordert Mut, sich zu öffnen und sich in sein Herz schauen zu lassen. Vertrauen ist eine Entscheidung. Es erfordert Mut, sich zu öffnen und sich in sein Herz schauen zu lassen. Durch strategische Planung bin ich meinen täglichen Aufgaben immer einen Schritt voraus. Jetzt ist es soweit. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.